Leute, Leute, willkommen zu allen neuen Videos auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir ein Nicht-Lachen-Gegendry. Nicht-Lachen! Und zwar heute, André, 1 gegen 1 Nicht-Lachen-Modus um Loot. Und wir haben ein richtig wildes Video von Polly, denn der hat zwei Reactions hochgeballert, die wir hier reagieren. Deswegen checkt auch Polly unten in der Infobox und unsere zwei Kanäle nicht vergessen, Freunde. Und ich würde mal sagen, André, bist du bereit? Ich bin bereit. Soll ich starten? Ich starte das Video und wer lacht, der kriegt schlechtere Waffen im Loot. Okay, drei, zwei, eins. Heute der vierte Teil. Heute der vierte Teil. Aber bevor es losgeht, möchten wir darauf hinweisen, dass Kalle gern selbst Gespräche führt. 3, 2, 2, 1, los! Außerdem noch ein fettes Danke an euch alle da draußen. Ihr seid die Besten. Und jetzt schnappt euch ne Tüte Gummibärchen, aber gebt mir auch was ab. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Falls ihr euch fragt, warum ich immer das gleiche anhabe, weil ich einfach ein stinkender Bastard bin. Spaß, ich kenne gerade mal ein bisschen vor, mal wieder, Freunde. Es läuft so acht, neun Videos immer am Start. André ist am Hasseln, das... In meinem Leiderteam, der King-Arts-Team. Yeah, guck, hier sind überall Fische, die hab ich alle gefangen. Du weißt, wie das mit Fische funktioniert. Man schmeißt sie nicht ins Meer, sondern man holt sie aus dem Meer raus oder See. Achso. Stabil! Stabil! Ja, das Game ist sehr leckiger. Es gibt einfach nichts geiles, das hat mit seinen Freunden zu spielen. Hallo, ich bin Olu-Man! It was at this moment that he knew, he fucked up. Ich bin Olu-Man, früher im französischen Unterricht. Bonjour! Bonjour, madame! Ja, du siehst, j'ai fait des Frags, genre pas chanceux encore. Ja, j'ai construit et tout, j'ai jettet. Non, scream! Eh, bonjour! Bang, bang, bang! Bang! Yeah, man ist rasch! Ich kann nicht mehr! Ah, die Gebütsch! Yeah, man ist, yeah! Bang, 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 bang! Guck mal, mein Bauch, Juck, was sei das? Oha! Oha! Das ist viel laut, Digga. Ach, diese Trink. Wach auf, Rollplay! Digga, mein Dorf wird angegriffen! Digga, was ist hier dein Dorf, Digga? Ja, Bruder, von irgendeinem Chinesen, Digga! Digga, was ist hier... Oh, Bruder, der hat meinen Turm kaputt gemacht. Hey! Hey! Ich hab dir eben 147 Headshot gegeben mit dieser Pumpgun, die ist übel broken, Freunde. Null. Boah, schuldigung! Achso, wisse. Oha! Toaster-Grafik, natürlich. Es ist unfair. Ich bin, ich bin... Guck mal! Oh Gott! Ich hab noch ein Leben, es kann das sein. Das ist das Video, wo wir durchgemacht haben. Kann sein. Ich weiß nicht. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Er sagt stabiler Hit und kassiert die Headys nacheinander, Digga. Warum chillst du da die ganze Zeit, André, Digga? Als hatt ich ihn mit Smarties beworfen, Digga. Pa, 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 in dein Gesicht, Junge. Und irgendwann auch so, ey, 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 ey. Heute spielen wir wieder Wer ist es, aber heute ein bisschen anders, denn heute ist mit dabei in die Community und mein Freund André. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht. Soll ich zurückspulen einfach? Ja. 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 Ja, die Wurst, Digga. Was macht der? Jetzt kommt Kidlniff wieder, Milkan weg. Dann geht Milkan weg, Kidlniff kommt wieder. Das ist immer so. Das ist immer so gewesen. Der ist immer so gewesen. Wie der seinen Hund ausnutzen muss für Videos. Milkan, was isst du da, du fette Schwein? Ich hab alle meine Aufgaben fertig, Leute. Macht eure Aufgaben zu Ende. Junge, hört mal auf, Alter! Wir können pupeln, Alter! Ah, ein Pupelgesinns? Junge, ich will mich aufs Spiel konzentrieren, Alter. Hört mal auf, Alter! Okay, haut da rein. Warte, wir müssen jetzt alle gleichzeitig machen. Du darfst dich jetzt rechtfertigen, damit ich auch noch was sagen. Okay, ich, Andre, ja? Ah, das sind die Amorgas-Zeiten, die wir alle aufgenommen haben. Hast wieder Öl gemacht. In electrical. Alles klar, Andre, perfekt. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Was für Öl? Du. Nein. Kabel. Du hast nicht Kabel gemacht. Du hast nicht electrical. Du warst electrical. Du hast Kabel bei Storage gemacht. Ich glaub, Andre hat Undercover Nintendo Switch mehr erworben. Ach so, stimmt. Du, ja, Andre, hat wieder Öl nach... Wie hieß das letzte Förderfolge, die ohne man hochloot? Hochloot? Es ist möglich, Fragezeichen. Warte, wer braucht diese Waffen? Du guckst du quatsch. Wer braucht diese? Würden wir sagen, gehen wir zum nächsten. Und der Typ, ne? Ich sag dir ehrlich, ich kenn den auch. Er ist ein brachialer Typ, aber hat kleine Pipi. Hab ich gehört. Und zwar, es ist kein geringerer Rinderer. M-m-m-m. Hier ist der nächste YouTuber. Äplu. Ah, VW? Ja, auch halt wieder südländisch. Ja, aber er ist, ich sag dir so, guck mal, dieser Schnitt in seine Augenbrauen. Er ist so Sunnyboy, weißt du? Er ist so... Würde ich auch. Hör auf zu lachen. Ne 5. Ne 5. Okay, Andre, du bist auch... 1-0. 1-0, Digga. Wir haben zwei Leben nur. Schimm mal, schimm mal, schimm mal. Das war auch wild. Letztes Jahr Halloween Special. Was geht das los? Was geht das los, Alter? Was geht das los? Komm her, ich bin jetzt bereit. Komm her. Komm her, bist du bereit? Eins, zwei. Warte, ich bin nicht bereit. Ach so. Hab mal Respekt. Jetzt bitte. Leute, wait, wait. Sobald Kevin Quartner noch seine Augenbinde macht, lasst doch diesem Kanal einen wunderschönen Like da, wenn ihr diesen hässlichen... Nicht Kevin. Oha! Nicht den! Wir haben so battery unterwegs, Digga. Ich schwör ja. Bist du bereit, Digga? Ich werde dich fertig machen. Komm noch her, Leute. Komm noch her. Oh shit! Was ist das? Komm, 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 komm. Du kannst dich ausspielen. Wie denn? So denn? Wie denn? So denn? So? Digga, ich bewege mich nicht. Mir passiert nix. Komm doch, wo bist du fertig? Du bist gar nicht mehr in der Range, Digga. Du bist viel zu klein dafür, Digga. Das ist die Kamera, du sparst. Das ist die Kamera, du sparst. Zirbeln! Die Pferde! Tornado! Oh mein Gott. Das ging so in die Nase, Digga. Wie soll die Scheiße gehen, Digga? Wir machen das ins Internet so, als ob das nichts wäre, Digga. Die Karten sind gefangen. Ach, Digga, die cringeste Anlage, die ich je gemacht habe. Oh mein Gott. Also gute Nacht. Hier ist mein Bart. Ich schlaf hier. Verdammte Schlafen. Achso, das ist Daniel. Ich denk so, wer ist das Digga? Wo ist der kleine Racker? Der kleine Racker? Das ist der Vater, oder? Hä? Ah ne, das ist der Vater. Verdammte Scheiße. Ah, Hilfe Mann! Hier ist der Entweder, der Entweder, der Volo aufwitzige Nummer 10. Zeug! Heute! Der wird natürlich wieder gehackt und gezaubert. Okay. 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 Ich bin Mörder. Heute spielen wir Auto gegen Renner. Okay, Jungs. Ich komm, Digga. Wir dürfen nicht lachen. Wir dürfen nicht lachen. Wir dürfen nicht lachen. Out in meinem Arsch. Leute, ich fahr an. Wir Autos sind mein Arsch. Wir werden immer stärker. Und zwar passiert das, wenn wir einen Bock killen und dann werden wir immer stärker. Okay. Warte. Die Pflanze gehört hier hin. Okay. Chill. Die gehört da hin. Ja. Super. André. Klasse. Okay. Wenn du Mecker suchst 1 Euro. Hä? Das ist schon wieder weg. Mh. 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 Das ist doch immer nicht da. Guck mal, ich hab ein Gerät in der Hand. Ja. Man kann sich draufsetzen. Okay, man kann sich draufsetzen. Würde es kaputt gehen, wenn du drauf gehst? Weil du bist ja schwer. Dann würde alles kaputt gehen. Würde dich draufsetzen? Ja. Und wenn nein, mach trotzdem. Gönnt. Ich... Oh, das tut so weh, Digga. 800 Meter, Digga. Das ist halt richtig wehgetan. Oh, und ihr ab war echt. Zum Glück ist das vorbei, Digga. Ich sag mal kurz Peace und sag den Leuten, dass ich dich nicht wirklich verbrüllt habe. Ich hab dir nur ein paar Quizze gegeben. Hier, Freunde, das ist die Hand von meiner Freundin. Habe ich dich vermöbelt? Nein. Besser ist es. Ja, okay. Ja, du schickst Millionär! Gibt man was ab, ja? Nein, du kriegst nix. Geh mal weg, du dumm Kopf. Digga, du kriegst du Geld vor meinem Geld, oder was? Kalle, was war der größt höchste Turm auf der Welt in 1919? Der Eiffelturm. Nein, der Mond. Der was ist so bodenlust, Digga. Der was? Okay, mein Auto ist doch noch da. Ey, der ist so bodenlust. Der was? Er haut zweimal auf mein Auto und ist kaputt! Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Das feiert ihr auch immer extrem. Und Lazy hat mit Ansage gesagt, weil ihr habt ja die Monopoly-Map vorher gesehen. Die war, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wunderschön. Lazy hat da gezaubert wie Ronaldo mit Stu. Heute spielen wir elektrischer Stuhl auf Lazy's Map, wie habe ich ja schon gesagt. Aber die Map soll keine Fehler haben. Die soll perfekt funktionieren, hat Lazy gesagt. Rest in Peace, Mecca. Stimmt, du bist draufgegangen. Lazy, ihr habt meine Map kaputt gemacht. Er sagt, ich weiß nicht, was so lustig ist. Ganz kurz, ganz kurz, da ist ein Fehler, weil man kann nicht mehr reinkommen. Digga, was hat der im Gesicht? Die lachen und wir verstehen gar nichts. What the fuck? Wow, wait. Was ist mit seinem Gesicht los? Hä, was ist mit seinem Gesicht los? Oh mein Gott, der macht den, Digga. Ich schwöre, er macht den, oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Hey, ich muss nur öfter mit dir suchen. Ich bin raus. Das war's mit Denergy an der Stelle. Machen wir weiter mit Wife. Oh, ich bin der Imposter, Digga. Oh. Komm mit, Bruder. Ich nimm dich mit. Ich lasse mich hier nicht allein. Das ist Fringe. Egal. Das ist so schlecht. So, Friends. Ihr habt gesehen, wir haben nichts gesehen. Nice. Ihr habt gesehen, wir haben nichts gesehen. Ja, ist so. Hä, ist doch völlig normal. Wieder cringe auf, Digga. Was ist zu sagen? Was ist zu sagen, Digga? Ich weiß, er rollt sie wieder weg und rollt sie mit seinem felsen Körper wieder in die Kamera rein, Digga. Also, das geht, Freunde. Das ist so, das ist so, okay. All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. Moin, Leute, Kaller am Start. Und heute machen wir eine Fusion aus Kaller und Oduwan. Eine extrem geile Kombo gibt's ja auch immer. Oh, nein. Oh, nein. Und die erste Form ist... Ach, die... Yo, oh, nein, Digga, das ist all der Monster erschaffen, Bro. Oh, nein, nein. Digga, die haben nur ein Monster erschaffen. Marokkan, der hat mit diesem legendären André ein Video aufgenommen. Digga, dieses Quinch-Mikrofon. Und dieses Video war so mächtig und so krass, dass es 5000 Likes bekommen hat. Kid Maeve. Ja? Und die Legenden besagen, wenn du diesen... Das ist ja definitely eine Schaffer. Das auch. Wenn du diesen Kanal abholst, du alles kostest, du liebst. Stopf, Knopf, Digga. Stopf, Knopf. Stopf, Stopf, Knopf. Egal, war unnötig, brauchen wir eh nicht nochmal hören. Ich höre. Wir haben lau und schlau gelöst. 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 Du hast eh nicht da gebraucht, Digga. Jetzt, pass auf, jetzt habe ich es, André. Ich schwöre, wirklich. Ich habe die ganze Zeit nur getrollt, um dich halt sauer zu machen. Ich habe schon nicht mehr geredet, weil ich gar keinen Bock mehr hatte. Ich schwöre, er hat nichts mehr gesagt. Ich habe doch nicht umsonst Earnings. Weißt du, wie ich meine? Jetzt geht's wieder los. Guck jetzt. Guck, 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 guck. Guck, guck, guck einfach. Okay, ich guck. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist. Guck. Bro, es ist verbacken, Bro. Diese Backe, Backe Kuchen. Wer war morgen, der hat dich gesuchen, Digga. Zuwähl, der Ralf. Ich schwöre. Das ist doch nicht möglich, Digga. Du bist so kacke, wirklich. Du bist echt der schlechteste Spieler, den ich je gesehen habe. Alle Instagram-Memes mit seinen, man guckt seinen Kollegen zu, aber man weiß, er ist scheiße. Ich schwöre, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich habe... Oh, mein Gott, Digga. Da habe ich es durchgemacht. Da. War das gut, Junge? Ja, alles gut. Ja, aber dir auch, Digga. Was geht, Digga. Ich habe dir einen Kaffee getrunken, Digga. Ich bin genau das Gegenteil von dir, Digga. Ich kann mich ganz so weh. Halt's Moil jetzt. Hey, das war mein Freund von der Club. Weißt du, das ist willkommen zu einem neuen Videoaufbau-Kanal, Leute. Falls ich ein bisschen kaputt aussehe, wobei ich immer eigentlich kaputt aussehe, eigentlich sehe ich nicht kaputt aus, dann liegt es daran, dass ich heute durchmache und meinen Schlafrhythmus ein bisschen fixen will. Siehe, mein Insist. Hände am Gelände, du hast keine Hände. Weil du mir keine Gummibären abgegeben hast, verbiete ich dir ab jetzt, Pokekallis-Videos zu schauen. Okay. Sonst kommen andere und Oduemann und hören Mucke, die ungefähr so klingt. Digga, was das für eine Cracky-Mucke ist. Oh, Mann. Oh, nein. André, bist du bereit? Oh, nein. Odu, Mann. Ja, fang den Ball. Fang den Ball, Digga. Ich fang ihn. Was für ein Ball? Doch, ja. Diesmal machen wir nicht mit. Nein, doch. Ich glaube, der Musik läuft. Bisschen, auch süß. So, Freunde. Dann würde ich mal sagen, André, du hast safe mehr als ich gelacht. Ja, ich habe mehr gelacht. 100%. Das heißt, ich bekomme bessere Waffen im Fight. Wir sind sogar schon auf der Map, André. Oh, yeah. Oh, yeah. Hä? So, Fresse? Okay, wir machen kurz die Waffen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen in den Fight, Leute. Ich wollte gerade Abmord machen dabei. Los geht's. André. Ja, ja. Zeig mir deine Waffen, du kleiner Piss. Bist du bereit? Zeig. Jetzt oder nie. Hacker-Bild. Hacker-Bild? Ja. Boah, ich sehe dich immer wieder. Ehrenlos. Ehrenlos. Okay, André. Guck, ich habe Kombo-Bild, okay? Okay. Pass auf. Warte, Kombo-Bild. Messer into Double Berry into Mammutpistole. Okay. Das ist keine Chance. Wir bleiben, wir gehen weiter. Calm. Calm. Womit zu hin? Blau oder lila? Wir gehen lila. Calm. So, André, wir sind beim lila Gegend. Beim lila Gegend. Digga, ich kann kein Deutsch mehr, wirklich. Leute, wenn man übers Wochenende keine Videos macht, dann denkt man, man ist so neu dabei im Business. Ist halt echt so. Weißt du, was noch so ist? Dass du aufs Maul kriegen wirst. Hä? Ich habe mir eine Waffe von den anderen genommen, ne? Weil meine andere Waffe kaputt gegangen ist. Alles gut. Okay, jetzt. Scheiße. Ich habe verkackt. Wo bist du? Yo! Okay, du bist so schlecht. Hat der sich eine lila Waffe genommen, mit der zerfetzt er mich, oder was? Oh mein Gott! Ich bin so gut. Du bist so ehrenlos. Du bist so ehrenlos. Okay, 1-0. Wir machen natürlich bis drei, Leute. Passt auf. Jetzt passt auf. Ich mache den hier. Geh hoch. Mach erst mal andere ausfindig. Mach mich mal ausfindig. Wenn ich dich ausfindig gemacht habe, was ich habe, Messer, into Double Barrel, into Marmuth-Pistole, Digga. Der Combo-Maker, Junge. Nenn mich und du mal Combo-Macker. Du bist echt ein Macker. 100-Hit. Die Waffe ist so kaputt. Nein, Digga, die Pistole. Diese Pistole ist so broken. Ey, Leute, diese Zielwaffe, die ist ja immer noch kaputt. Gänsehaut. Hä? Gänsehaut, habe ich gesagt. Boom, Digga. Ich bin Samurai, Digga. Nenn mich und mal Py... Was passt denn da unten? Irgendwie ist Blau, verwirrt mich unnormal. Nein, ich will dich auf Ehrenlos gehen. Du willst mich auf Ehrenlos gehen? Nein, dich auf Ehrenlos, Digga. Es steht 2-2, du Pistler. Und ich bin Lorelife. Na und? Alles nachladen, alles nachladen. Du willst jetzt Wombo-Combo, ich sag's dir. Willst du Wombo-Combo? Komm. Guck jetzt, Leute. Wombo-Combo. Nochmal ein Slice. Easy. Ich habe auch nicht geschummelt und mir drei mehr in die Waffe genommen. Guck mal, guck mal den an. Digga, ich zerfetze mich auch mit der Waffe. Was laberst du, Digga? Geh mal schlafen jetzt. Geh mal schlafen, Jürgen. Glück ab, Glück ab. So ein Ding ist das. Aber, Freunde, André hat das Ganze hier gewonnen, glaube ich. Du hast schon drei Kills, ne? Drei Schaden. Ja, habe ich. Okay, André hat das gewonnen. Ich habe das nicht labern gewonnen, Freunde. Lasst ein Like und ein Abole, schickt uns den zweiten Kanälen ab und ein夢. Weißt du was, Guck mal, weißt du was, was ich mir sicher ist.